Wir gehen in die Richtung, ihr geht irgendwo anders hin. Wir konnten jetzt schon auf sie schießen. Wollt ihr mal das machen? Nein, das bringt ihr nicht. Na, sie werden jetzt zu langsam aktiv. Boah, wie weit gehen denn die Laser? Ich bleibs offen. Wie weit gehen denn die, die Waffen? Die Waffen. Ja, ich hoffe, dass sie um mich schießen können. Das ist die Ecke da ganz hinten, ja. Sollen wir auf die Ecke schießen, dafür dass das so langsam ist? Steht mal ein. Ja, läuft schon. Ich glaube, ich gehe einfach auf die andere Seite. Ja, durch das Feld durch geht sowieso nicht. Das ist Selbstbewahr. Na ja. Wie? Kannst du es ausprobieren? Du kannst gerne vorgehen mit der Shotgun. Let's play! Go, 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 go! Go, 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 go! Hätten wir andere Järg mehr attigen sollen. Wieso? Blau sieht man darin so schön. Ja, egal. Dann haben sie auch ausgeschritten. Ich bin da schon angeschritten. Ja, hab ich auch gehört. Ich bin dann schon gewischt. Ja, hab ich auch gehört. Ich bin dann schon gewischt. Hey, wenn es dich so einfach trifft, ist es mich. Im G ist voll schräg. Stört. Drei Schuss? Y. Ein Schuss. Drei Schuss. Ja eben. Drei Schuss. Drei Schuss. Pass auf, weiter rechts, gell. Bisschen weiter rechts von den anderen. Ist sie nicht mehr rechts auf der Straße? Auf, ich darf schon, aber drüber nicht. Zwei rechts. Da auf der Straße direkt. Wo? Da wo der Ecke ist. Wo war denn alles? Ja, da. Dort auf der Straße, ich gesagt. Beim ersten bis hin. Ich wollte rutschen die Strieche aber. Ecke ist aktiv. Wo ist er denn? Ja, Olle auf der Straße. Olle. Olle. Naja, hat sie mich nicht so rein gesagt. Erst was? Ich habe die Ecke relativ oft getroffen. Hast du aber bei der Waffe nichts. Nichts. Kann dort schneller noch. Danke. Ich gehe da und der andere. Ich gehe da und der andere. Ich gehe da und der andere. Halt's nicht. Der war vorhin da. das kann alles respawnen anscheinend Habt den da auf der Strasse Daniel und Susann schon auf der anderen Gseiten gell Da kommt der Daniel nach links Sind die alle da bei den Bäumen? Ich glaube Das ist nicht wieder weggegangen Nein, es ist nicht so weit Nein, es ist eine Strasse Ah! 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 F**k Ah! 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 Ah Weil du kannst dort durchstehen, schau. Das war eine schicksalig. Ja. So durchschießt nicht die Baum? Durch die Baum nicht. Darum sind Schritte. Ich schwimme dort noch. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, fuck it, lauf! Ja, dritt, die Zirkeln! Fuck! Daniel! Da hinter uns, dort! Oben ist heim, ja, gut, dass du morgens gehst! Ja, ich seh's! Geh auf der anderen Seite mit oben! Dort ist wer! Da in die Barm! Okay! 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 Oh! Nah! Ah! Ah! Oh, oh! Ich hab keine Uni mehr gehabt. Bitte! Du musst schauen, dass das auf Youtube ausgeschneidt hat. Nein! Das lassen sie auf jeden Fall! Oh, fuck! Nein! Irgendwie, ich hab mich verpasst. Ah! 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 Fack, fliegen woanders auch noch! Ja, es sind zwei, glaube ich. Einen habe ich verletzt. Ja, einen hinter sich. Ja, rechts ist da. Wo? Ja, noch mal! Ja, aber ich warte, ich kann noch nichts mehr. Ich sehe nicht, dass der Herz weht. Ja, aber... Ja, aber... Es ist so schmau, wenn man näherm zieht. Beim Holzhaften ist ja auch. Und andere Leute drüben. Ah, ich sehe dich, ich sehe es gerade. Ja, das Blau sieht man. Ah, ich sehe... No! Ich sehe hin und an! Der Faktor! Das geht weg jetzt, was zuvor hier! Hier, das war's da. Es ist echt gut. Zack, Zack, Zack! Ich sehe dann auf der Straße! Oh Oh Achtung auf der Straßen Achtung auf Wo ist der hier? Achtung auf der Straße Kann ich jetzt das Rotlechten sehen? Es ist toll wie ihn er dreht Wo ist das? Ich hab keine Ahnung Wo der jetzt zieht Okay, das ist ja nur geschlossen Drüben steht wer Oh ne ne vom Viert Ist das wer von uns? Du hast... Du hast da ein Schuss Du hast da ein Schuss Der hört wo? Da hinten Der ist wenn ich schau Da drüben Da drüben Ich schau grad hin Wo? Da drüben bei den zwei Bäumen Wenn du da mit dem Holzscheit vorbei schaust Hinter den zwei Bäumen ist er Und da kommt er Und da kommt er Komm weggehen Was? Bin ich schon respawned? Hab ich jetzt nicht gehört Oh 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 Komm Da drüben Da drüben Ja Kann doch grad noch aufm schießen Ich glaube ich schaue da mehr Richtung oder? Raucht der gerade noch nicht? Ich glaube der raucht gerade noch nicht oder? Siehst du das? Naja Naja, das stören wir nicht Ich muss dem Thomas unbedingt noch sagen, dass er mit meiner Waffe nur richtig stöhnen muss A Schuss Nein, er sagt 3 Schuss Ok, dann sollte deine Erden umstöhnen Probieren wir es oder was? Schritte Fack, muss nicht aus Bäm, perfekt Ich muss nur nicht zum Frisier Was? Ja Für mich noch Keine Ahnung Vier hab ich noch Ich hab ihn kein einziges Mal gesehen Er ist noch ausgeschaltet Ein nur noch für 10 Sekunden Auf ihm schießt man nicht, gell? Aber er schießt auf uns, dann schießt man auf ihm Ich war ihm nicht sicher Deswegen hab ich nicht auf ihm geschossen Ich hab auch nicht geschossen, wie sie auf dich geschossen hat Ach komm Da drüben, da drüben, da drüben Pass auf Besten Stürmsterm Besten Stürmsterm Besten Stürmsterm, er steht bei der Straßen irgendwo im Wald Wer lebt denn alles noch bei uns? Wer lebt denn alles noch bei uns? Wer lebt denn alles noch bei uns? Ich sparen gerade, deswegen werde ich nicht auf die schießen. Ecke ist hinten, da drüben. Ich habe eine Ecke hinter mir. 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 Ich glaube ich bin der letzte. Ich habe eine Ecke hinter mir. 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 Ich habe eine reine Ecke hinter mir. Huh? I'm not going to be too bad